hallo und ein weiteres herzliche kommen zurück bei einer weiteren folge let's play truth ja also ich habe gerade noch gesehen wir haben marktplatz nämlich etwas verkauft wir werden sofort richtig loslegen aber erstmal müssen wir das nochmal auffüllen so ich gebe einfach mal sich an lieber günstiger als zu teuer so äh was hab ich denn da ach so ist hier was drin nein ich bin dem kleinen gefallen dem wer es findet naja also wir sind der herrschung level über herrschung haben der herrschungslevel 61 und wenn es mal den anderen mal grüßen jetzt hier aus den klubs und man auf dem da ja er ist eh zu groß wie viele sachen haben wir denn nein das ist immer zu wenig aber eigentlich wieso eigentlich nicht so ich denke wir gehen einfach mal nach da unten wieder mal und suchen ein paar drachen und dann vielleicht oder ja aber ich denke nicht so lange denn wir wollen da gleich noch etwas weiter an gewächshaus erbauen immer gerne mitnehmen 83 also 10 mehr als vorher hätte ich jetzt nicht gedacht so das wenn ihr jetzt was gutes verkauft dann hätte ich jetzt gesagt vielleicht kaufen wir einfach mal kurz etwas auch wieder falsche taste man ich drücke mal auf h statt auf g wollten muscheln immer noch schön mit wo auch immer die für gut ist so dann gibt es da hinten noch ein schiff aber was ist hier alles los mit den schiffen so viel auf einmal so treffer schon wieder oder eher gesagt mal wieder ok über 100 100 auch hier wird 1 perfekt wenn ich den mal jetzt 2 wird 2 5 wird 1 ich war mir doch okay kann das besparen was bekommen wir diesmal wieder den bezahlen gleichen anzeigen dann nehmen wir noch ein und den haben wir noch nicht alles klar gerne so dann mal runter aber es ist schon echt lustig als wir die in dachen jetzt im beispiel nein es war nicht auf so einer insel das war so ein schatzinseln und namen also kurz gesagt auf einem ich bin jetzt schon zu spät anscheinend war es nicht an mich gewandt ach da ist mal so oh mein gott alle weg sind nur ein paar spieler zwei stück zwei stück dann macht man zum menschen seit wann sagt man zum menschen stück alles klar und neu ist es nicht geworfen sehr nice er hat ja komm wir gehen einfach mal runter wir finden wir hier wieder ein sohn drachen wer weiß aber wir gehen so nach oben geht schandt auch mal schön um also ist sie erscheint wenn ich glaube da habe ich da nicht gesehen das nicht das war das ist schon das n n n ha so auch schon mehr als schaste ohr aber ich werde sich umlegen denn hart gut zu erreichen finde ich nein das ist nicht der fall hier ne sind auf jeden fall auf jeden fall ist gerade Schiffemangel ein Leuchtturm wir müssen dahin nein zu weit nein verdammt habe ich nicht mehr getroffen ich schaue ganz mal nach unten momentan das ist nicht so gut denn es kann ja sein dass hier irgendwann mal wieder ein Dungeon auftaucht oder so ja oder so so oder 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 so das ist eine insel ja sofort wir werden danach dass die paar kisten einsammeln mehr als dass der ii sie weil er diese zwei typen seien zu glitzern bei hinsicht auch dann sie ein schiff was sie gut geworden können. Auf so einem Dungeon war der Drache, den wir gefunden haben, so weit ich weiß. Das ist schon mal das Länge her. Zehn Stunden? Pfff, bin ich ehrlich. Hotdog. Alter, was verkaufen die für ein Mist. Ernsthaft? Geht auch. So. Ich bekomme mir keine Blöcke. Alles klar. Läuft bei mir. Nein, das wollte ich nicht. So. Ich weiß, dass das Schiff, aber wieso kein Klimm aussammeln, wenn man das schon angeboten bekommt? Der will ich hier drifte. Öh, auf dem Wasser. Alles klar. Ach. Nice. An den nächsten mal raushauen. Ach. Schon wieder sowas. Nein, das war dieser Dungeon. Da, wo wir den Drachen drauf gefunden haben. Warte mal. Das sieht ziemlich nach Verwüstung aus. Ich wüsste es. Ich wüsste es. Man sah es sofort. Drache, Leute. Wer will joinen? Vielleicht ist das alles der Falschstedt, aber Müsste es, wenn die Frank Drache Flackbad Wartet aber kurz dann. Dragon Ops. Ups. Ups. Nicht schon wieder. Ja. Und dann hier noch. Einladen. Loll. Loll, schon wieder konnte der Dach nicht aktiviert werden. Das wird wieder häufiger. Alles klar. Dach ist aber wieder schnell dauernd. Nice. So. Ah ne, die sollte sich doch einsammeln. Mann, fucking Legs. Alles klar. So. Dann nehme ich jetzt noch einen. Das ist eine Worte. Alter. Niemals. So, was ist über uns? Nur ein komisches X. Ich glaub da hinten. Nein, das ist das falsche Schiff. Okay. Na, der hat genau das gleiche. Wir haben fast die gleichen Schiffe. Alles klar. Läuft bei uns. So, ist hier unten. Das sieht nicht verwischt aus. Da ist noch ein Schiff. Loll. Ja, diese blöden Kanonen. Falsches Schiff aber. So, wenn denn. Nein, dahin muss ich. Iiii. Ja, jetzt einfach mal. Nice. Unter uns ist kein Verwüstung. Ich nenne das zumindest so. Weil es hat so viel hügeliger aussieht, sagt es mal. Hügeliger. Auch. Okay, ich geh auch mal da hin. Vielleicht bin ich da auch noch. Loll. Das geht aber echt schnell. Nein, am besten nehme ich mal den da. Seine Post. Denn, das könnte ja sein. Loll. Habt ihr den gefallen gesehen? Hügeliger. Hügeliger. Dann ist er wieder hoch. Das ist ja unser Schiff. Brutboot. 2. Okay. Na, davon hat mir glaube ich schon nicht so viele. Ja, da. Den haben wir noch nicht. Nein, kein Aufstieg. Mann, Aufstieg will ich haben. Den haben wir auch noch nicht. Was macht ihr denn? Ne. Aufstieg. Muss man schon sagen, das ist ziemlich effektiv. Ziemlich teuer, aber effektiv. So. Das klemmt nämlich noch mit. Und für uns könnte... Ach, und für uns ist es nichts. Okay. Also, ich meine das nichts. Boah, perfekt gewendet. Nein, dies war nicht so gut. Unter uns ist wieder nichts. Nein. Nein. Nein, das war eben. Das war nicht die Zeit, wo wir ihn da drauf gefunden haben. Oh. Warte mal. Habe ich es gerade etwa richtig gesehen. Ich fache irgendetwas. Etwas Großes. Etwas Crosses. Hm. Cross. Aber egal. Wir gehen mal da. Durch diese Engpassage von Wasser durch. Von Wasser durch. Hm. Alles klar. Oh, voll typever. In your face. Ich wollte schon Hatt sagen, aber... Das ist nicht so gut an Deutsch. Warten mal. Ich weiß nicht, das ist eine Verwüßung. Nein, das ist einfach nur ein Berg. Okay. Hörnöckl. Hörnöckl. So, auf der Insel war mir noch nicht. Auf der Insel auch noch nicht. Hm. Nein, nichts besonders. So. Ach. Die gehen gehen wieder. Aber es bringt ja kein Sinn. Ich hab ja für die ja Klingbe zahlt. Dann werde ich hier auch wieder verkaufen. Oh, wir brauchen noch 120 Euro. Und dann müssen wir sammeln. Ich meine die Münzen. Yohoho. Yohoho. Oh, und der Bull voll rum. Fotofahrer. Oh, jetzt ist ein Zeitenschuss. Wieder nichts. Das ist ja eine Schildkröte. Das ist ja eine Schildkröte. Das fällt mir jetzt jetzt so auf. Wie süß. Nein. Warte mal, was hat der für Segel? Mondschattensegel. Das sieht irgendwie nice aus. Ist mir aber zu teuer. Hm. Nein. Hier ist anscheinend wirklich kein Dach. aber wenn man herausgefunden hat die man am besten sucht die doch und dann ist es schon recht einfach die auch zu finden und das dauert halt nur etwas länger man weiß wora wonach man ausschalten müssen er hat das ist kein schweiler schon als ich meine keine schönen dort effekt er geht es wird wort das bringt er hat es hat so keinen Sinn alles nein nicht Nee, das ist wieder falsch. Äh, falsch. Das sah ganz strange aus. Diamond Dragon? What the fuck? Wo findet man denn den Diamant-Drachen? Oh Gott, das ist nicht hier. Okay, der muss wahrscheinlich jetzt anders fangen. Hm, alter, der Diamant-Drachen. Stell dir das mal vor. Sorry. Habe es selber, glaube ich zumindest wenige. Ja, getroffen. Warte mal. Ah, wirklich wie? Ja, 12. Okay, nee. Davon gebe ich da nichts ab. Also wenn die Zahl auch unter 50 gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Ab einer Zahl über 50 wäre, hätte ich auch die bestimmte Anzahl, die da drüber gewesen wäre. Also wenn es 1,60 wäre, hätte ich 11 verkauft und etc. Da geht es ja weiter. Ich schaue mal da noch rein. Denn hier war noch eine Insel. Boah, perfekt. Das ist ja hier eine riesige Insel. Das ist ja hier eine riesige Insel. Das ist ja hier... Äh, mega. Schön zum Glimmen sammeln. Aber warte mal, das ist ja auch kein Drache. Das ist einfach so spawnd. Das ist auch schon ein bisschen merkwürdig. Für so eine Insel. Schon wahnsinnig. Kein Drache? Nö, kein Drache. Wie merkwürdig. So, wir müssen rechts lang. So. Vielleicht ist ja hier unten noch etwas... Nein, zu wenig verwüstet. Dann ist es sicherlich auch nichts mehr. Das ist schon zu nah an der Küste, glaube ich. Ach. Bremsen... Genau, das soll ich eben nicht tun. So. Damit werde ich wahrscheinlich nicht sehr viel Erfolg haben. Aber eigentlich ist hier nichts. Was war das? Das ist gut. Ah, das ist schon falsch. Herr Falschgeld. Nein, ich nehme mir wieder nichts. Ich gehe mir wieder hoch. Aber komm. Ey. Was mache ich da? Bist du, Bist du? Bist du, Bist du? Ja, ich sag nichts dazu. Ich brauche eine Ausrede. Sorry. Ich brauche da eine. Da ist noch mal ein bisschen Limm. Äh, bis... Das sieht ziemlich mal quillig aus. Ach so, die... Okay, danke. Ich glaube, ich weiß, welche die meinen. Okay, warte mal hier unten rein schauen. Sieht nicht so richtig aus. Okay. Ah! Dache, Leute. Loll! Alter, ich dachte gerade. Wer will. Wer will. Ich gehe jetzt mal in sicherer Position. Den, 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 den. d d so ist es der kanon nice das ist das ok diesmal ging jetzt auf einmal die der dache auch da bekommen Kommt die nehmen jetzt einfach auch was ist denn das ach so wow thank you so einen du hast den lego baustein Dingbom dingsbums er hat man nicht so viel er ist eigentlich Schoko Schmetterling Schoko Schmetterling in Karten es ist 16 Uhr fast okay ich bin sicherlich erwarte mal wie lang ist es in die Folge okay hohr ja komm das machen wir noch sehr schön ist es hier bewüstet ist aber sehr das nein das ist es wahrscheinlich nicht was kannst du uns einem werden nein kann es nicht sein das kann auch nicht zu einem werden erfüllt es nämlich das Gebietschen nämlich zu glücklich also ich mein solche also diese ganz großen ich bin so blöd Gott da das Tal sag ich jetzt mal das Unterwasser Tal ist einfach zu eng warte mal aber das hier ist ziemlich breit das könnte das gleich nein glaubt auch nicht ich weiß wo wir sind alles klar ach stimmt ich habe ja sowas auch schon mal gesehen ist aber echt merkwürdig muss man schon sagen so mal hoch au mein oh jetzt habe ich Kopfschmerzen nein oh interessant ich bin irgendwo alle Schmittlinge hier nochmal so das war nicht meine Absicht so aber die lassen sich wirklich gut verkaufen ne hier werden die wahrscheinlich auch nichts finden weil hier nämlich schon niemand war sogar das falsche Schiff warte mal da unten ist glaube ich nur ein Ozean ne es sind zwei mindestens boah war das oh ich habe das nicht berührt ich habe keinen Anfang geschichten Widerstand gespürt Alter die Grasen ja richtig viel ab ja dann mal weg hier und dann ach nein ich wollte ja noch mit euch bauen ich bin so blöd warte warte äh reite ich mal die nächste Folge vor wenn das dann jetzt einfach mal die die Stunde jetzt einfach mal anträgt um aber dabei sind das ja noch 40 Sekunden und 2 Minuten aber so schlimm ist es ja nicht wir können ja warten ha 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 ich wollte nicht hoch ich wollte nur hier runter so welch Element hat auch das ist der den ich meine das ist der den ich meine das ist mir wohl irgendwie bekommen oh oh glämm glämm das ist die treue das ist das das ist der eins ja und alles das ist ja das ist das das ist ja verkauft worden ob sie das sei als so an den ververkaufen nicht okay Hier, Diamantdrachenei. Ist aber aus... Oh! Woher bekommt man Diamantdrachite? So, nur noch 20 Sekunden. Genau, jetzt. Loco? Big Bambi. Drakolith! Oh, okay, nice. Wenn es euch gefallen hat, ich mach jetzt doch eine Folge in der nächsten Folge, denn... Ich hab jetzt schon alles vorbereit... Ach, wie gemein. Ich hab jetzt schon alles vorbereitet und... Brotag 1? Äh... Naja, geil. Ähm... Und das könnte nämlich jetzt vielleicht sogar etwas länger dauern. Und deswegen hab ich mir überlegt, dass... Wie... Dass ich das in der nächsten Folge mach. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in den Kommentar rein. Ich würde mich auf einen Like natürlich sehr freuen. Wenn ihr fragt, noch ein paar andere Videos von mir zu sehen, dann... lasst einfach mal ein Abo da, dann seid ihr nämlich immer kostenlos auf dem neuesten Stand. Und vor allem... Schaut einfach mal meinen Kanal vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Ansonsten... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bei... Let's... Play... TROF. Tschüss!